moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen pileup spot zeigen im modus aufgeputscht auf der karte firebase z als allererstes solltet ihr den strom einschalten leute und wenn ihr das gemacht habt dann geht die wieder zurück zum hof denn ihr müsst jetzt hier hin zu diesem raum wo ihr eure waffe auch verbessern könnt ihr klettert hier auf dieses gelände leute schaut dorthin wo ich ihn schaue und springt einfach hier rüber so wie ich es tue wenn ihr das dann macht dann bleibt ihr hier oben und die zombies versammeln sich rechts von euch jedoch wollen wir dass die zombies sich unter uns versammeln weil wenn die sich rechts von uns versammeln und der mimik kommt da wird euch dann hinten leute und um dies zu vermeiden läuft ihr so ein ganz kleines stück nach vorne leute aber wirklich ganz wenig weil es kann sonst sein wenn ihr zu weit läuft dass sie hier runterfällt und wenn ihr das dann gemacht habt dann seht ihr dass die zombies sich jetzt nun alle unter euch versammeln nun werden euch auch die mimics nicht treffen und die mangler auch nicht leute das war's dann mit dem glitch ich hoffe euch hat dieser glitch gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und wenn ihr kein video zum neuen season beginn morgen verpassen wollt dann aktiviert die glocke und bleibt dabei leute ciao